Gedanken fürs neue Jahr Wie willst du 2021 beginnen? Was willst du dieses Jahr verändern? Und was hast du aus 2020 mitgenommen? Wie soll das Jahr für dich sein? Warum hast du Veränderungen bis jetzt aufgeschoben? Was sind deine größten Wünsche? Wer möchtest du morgen sein? Und wieso bist du es heute noch nicht? Bist du 100% du selbst? Findest du dein Glück vor allem aus dir selbst heraus? Jeder Moment ist es wert, ihn glücklich zu verbringen. Und das ist ein bisschen dick. Der Kontakt ist wieder etwas Lloyd-Lyt.